Wer 18 Jahre alt ist, darf wählen bei einer Bundestagswahl. Die Erstwählen, das waren rund 2,8 Millionen, kennen also nur Angela Merkel als Kanzlerin. Nun tritt sie ab. Und was wählt diese Generation Merkel? Am häufigsten, wir haben es eben schon mal gehört, die FDP und dann die Grünen. Wie schauen die jungen Menschen jetzt auf die Wahl? Wir haben uns umgehört in einer vergleichsweise jungen Stadt in Leipzig. Schulschluss für Oskar Teufert, 18 Jahre alt. Nächstes Jahr macht er an dieser Oberschule in Leipzig sein Abi. Oskar ist politisch sehr interessiert. Er engagiert sich zwar in keiner Partei, aber im Jugendparlament seiner Stadt. Vom Wahlergebnis ist er enttäuscht. Er hatte sich eine sogenannte bürgerliche Mehrheit gewünscht. Eine CDU-geführte Koalition mit der liberalen FDP und den Grünen. Ich hoffe einfach nur, dass wir eine stabile Regierung bekommen und nicht irgendwie so wie in Italien alle paar Monate einen neuen Kanzler oder so haben, sondern tatsächlich was Stabiles bekommen. Oskar trifft Tanja Werner. Auch sie hat zum ersten Mal gewählt. Sie war schockiert von der rechtspopulistischen AfD. Die ist in zwei deutschen Bundesländern stärkste Kraft geworden. In Thüringen und hier in Sachsen. Tanja hätte am liebsten ein Linksbündnis aus SPD, Grünen und der Linkspartei. Es ist eben nicht ganz klar, welche Regierungskoalition wird das jetzt und ob es dann wirklich so fortschrittlich ist, wie man sich das jetzt im Vorhinein gewünscht hat. Das ist natürlich fragwürdig und das ist ein bisschen deprimierend. Aber ich habe gar keine so große Sorge, was die Inhalte angeht. Jetzt mit einer starken Grünen, mit einer starken FDP und einer relativ schwachen CDU und SPD können, glaube ich, auch die Themen der kleinen Koalitionspartner auch ganz oben auf der Tagesordnung mitstehen. Wenn nur junge Leute wie Tanja und Oskar hätten wählen dürfen, wäre dabei ein ganz anderes Ergebnis herausgekommen. Liberale und Grüne vorn, SPD und Union ganz klein. Und das liegt an den Themen. Vor allem Klimaschutz. Dass es da auch ein Konzept gibt und nicht nur Ziele und zu sagen, okay, wir wollen 2030 aus der Kohle raus oder so. Weil das ist natürlich ein Fakt, aber man braucht auch Konzepte dahinter, was man stattdessen macht. Was für mich ein großes, großes Fragezeichen ist, wie werden in 30, 40 Jahren die Renten aussehen? Wie wird das alles funktionieren? Und genau, das war für meine Wahlentscheidung super entscheidend. Und Aufbruch bedeutet nach 16 Jahren Merkel erst mal die nächsten 4 Jahre ohne Merkel zu schaffen. Ich glaube, das wird schwierig. Schließlich kennen sie Deutschland nur mit der ewigen Kanzlerin Merkel. Als die ins Amt kam, hatten die heutigen Jungwählerinnen und Jungwähler gerade laufen gelernt. Die Jungen und die Bundestagswahl. Mit dem Thema hat sich Bernd Freiwald intensiv beschäftigt. Vom Online-Magazin Krautreporter. Sie sagen ja von sich, ich rede jeden Tag mit jungen Menschen. Haben eine Umfrage gebracht zu den Motiven der Erstwählerinnen und Erstwähler. Was sagen die? Warum FDP? Genau, also diese Umfrage war nicht repräsentativ. Aber ich habe mit so ca. 18 jungen Wählern, also Erstwählerinnen und FDP geredet. Und ich habe so drei Gründe gefunden, warum die FDP gewählt haben. Und der erste Grund, der ist eigentlich ein Grund, der auch für viele ältere Wähler zugetroffen hat. Nämlich, dass sie die Union, also sprich die GroKo, die ehemaligen Volksparteien, sage ich mal, dass sie die ablösen wollten. Also Max, 22 Jahre alt, mit dem habe ich gesprochen, aus Trier. Und der hat gesagt, die Union und die SPD, die gehen die großen Probleme unserer Zeit nicht mehr an. Und die FDP und die Grüne sind die einzigen Parteien, die eine Zukunftsvision zeichnen. Und deswegen waren das dann die beiden Parteien, die auch bei den jungen Wählern, bei den Erstwählerinnen so erfolgreich waren. Und zum Beispiel Hugo, 21 Jahre alt, hat auch gesagt, in unserem kompletten Schullaufbau haben wir immer wieder gelernt, der Staat ist ein Verhinderer und kein Ermöglicher. Und irgendwann ist es dann Zeit, sozusagen eine Partei, die seit 16 Jahren regiert, nämlich die Union, aus deren Sicht abzulösen. Und das ist dann die FDP oder aber auch die Grünen. Und die haben sich aber dann die ErstwählerInnen aufgespalten. Nämlich, eins von beiden haben sie gewählt, aber nicht wie erwartet, dass viel mehr Grüne wählen. Und dann sind wir eigentlich schon beim zweiten Grund, den ich gefunden habe. Klimaschutz kein Thema mehr, wenn ich da mal zwischenhaken darf. Klimaschutz kein Thema mehr bei den Jungen? Doch, auf jeden Fall. Also Klimaschutz ist ein Thema, aber es ist nicht das einzige Thema. Und das zweite Thema, das große Thema auch, bei dem ich gesprochen habe, ist finanzieller Wohlstand und aber auch, wie das mit Klimaschutz zusammengeht. Und dann sind wir eigentlich schon bei Punkt zwei, nämlich die Frage ist ja, wie erreicht man denn das, diesen Klimaschutz mit finanziellem Wohlstand zusammen? Und das, was ich gelernt habe in den Gesprächen, ist, dass die sagen, na, die Grünen, die setzen sich auf Verbote, die setzen sich auf Regeln. Und denen ist aber Eigenverantwortung viel wichtiger. Also Selbstverwirklichung. Und die FDP ist so eine ganz klassische Selbstverwirklichungspartei. Also Max, der FDP, wie da mit dem ich geredet habe, der hat zum Beispiel auch gesagt, niemand sollte mir vorgeben, was ich zu tun habe. Und das passt aber auch zu Ende. Da haben also, wenn ich Sie unterbrechen darf, ganz kurz, da haben also die Werbesprüche der FDP bei den Jungen wirklich durchgeschlagen. Total. Also ob das jetzt so ist, dass die FDP das wirklich einlöst, weiß man natürlich nicht. Aber es passt zu dem, was zum Beispiel die Schall-Jugendstudie herausgefunden hat, dass 79 Prozent der jungen Menschen in Deutschland davon ausgehen, dass man in Deutschland nach seinen Fähigkeiten und nach seiner Begabung ausgebildet werden kann. Also nach dem Motto, wenn ich was will und wenn ich mich anstrengen, dann werde ich auch was in Deutschland. Sie bearbeiten ja das Thema junge Leute und Bildung ganz sehr intensiv. Wie sehr haben die Folgen der Corona-Pandemie nach Ihrem Eindruck das Wahlverhalten bestimmt? Also in den Gesprächen mit diesen FDP-WählerInnen, mit denen ich geredet habe, war das nicht so das riesige Thema. Ich weiß aber auch nicht, ob einem das immer so bewusst ist. Was aber auf jeden Fall, im Prinzip ist es so der Gipfel des Eisbergs, wenn man sich jahrelang hinten anfühlt als junger Mensch bei einer GroKo und dann passiert noch sowas wie die Corona-Krise und man sieht, die Schulen zum Beispiel waren immer etwas, was nicht Priorität hatte. Die Politik war nicht für die jungen Menschen, sondern eher für die alten Menschen gemacht. Und dann kommt noch sowas dazu wie, man sitzt jahrelang in der Schule und hat kein Internet und ist aber ein Mensch, man ist jung, der viel im Internet unterwegs ist. Und dann wählt man vielleicht doch eine Partei, die einem genau das, ob sie es einlöst, weiß man nicht, genau das verspricht, ein digitales Deutschland. Ben Freywald, vielen Dank für Ihre Recherchen, vielen Dank für Ihre Eindrücke zu den Erstwählerinnen und Erstwählern. Sehr gerne.